wir starten unseren fishing trip im juni sieht zwar schon tach hell aus ist aber erst halb sieben und heute werden wir erstmal loslegen mit ein bisschen popper ein bisschen schleppen auf blue die tat ja blues gefangen ob da was geht auf jeden fall bomben wetter allerdings eher die saure gurken zeit zu machen wir sind am trollen popper hat nichts erbracht wir hatten jetzt schon zwei anstupser vom blue fisch und ein bis der leider nicht gut hing und sehr schnell ausgeschlitzt ist jetzt rollen wir dieselbe ecke 100 mal ab und hoffen dass jetzt das kommt oder kommt doch schon was ja jetzt gucken wir mal ob wir dann vielleicht noch mal den entscheidenden bis generieren können ralph hat schon den ersten blue jetzt endlich dran nachdem ich sie alle verplinstert da kommt er schönes tierchen er wirkt dann wieder aus schwere geburt zwei kilo zwei und halb drei kilo gut 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 Schönes Tier. Dich der Größte, aber immerhin. Unsere Köderfische sind alle. Ich habe 100 Bisse verblinzt. Gerade noch auf einen halben Köderfisch einen verloren, an dem wir jetzt noch eine Welt her getrollt haben. Auch noch einer draufgeknallt. Ausgeschlitzt. Jetzt muss ich einen anderen Tag wiederkommen und meine Rache üben. Ralf hat ja einen gefangen. Schöner Bluefisch. Das motiviert auf jeden Fall für den restlichen Urlaub. Ist ja gerade mal der erste Tag.